... oder Jahrestag, als das ja eigentlich der 20. Jahrestag wird erneuten Mahlstabschiffen. Da werden viele andere Fans noch dabei sein, die ja überhaupt zu zweit mit auf der CD drauf sind. Da könnt ihr auch bei der Tombola die Gitarre gewinnen. Da müsst ihr ordentlich die Lose kaufen und da ist das Lose auch los. So, ich sehe gerade, der Rest der Fans kommt. Ich werde auch nicht pünktlich, aber du laufst nicht und pünktlich. Wir fangen jetzt an mit Narumi Saffel. Ja! Und dann wünsche ich euch viel vergnügen mit den Bänden, die heute Abend spielen. Ja, schönen guten Abend. Das ist Null Europa. Ich bin Narumi Saffel. Ähm, kurz vorweg, wir haben hier angefangen im Projekt zu spielen, als wir 15 waren. Bei mir ist das 18 Jahre her. Ja. Und wir sind ganz stolz auf der neuen CD vertreten zu sein mit einem Song, der heißt Micky Lauder. Den spielen wir auch gleich als erstes. Das ist ein bisschen sarkastisch, was da passiert. Wir wollen Micky Lauders Leidensgeschichte ein bisschen visualisieren. Ähm, denn der Typ hat für den Rennsport gewinnen. Wir sind beide bekennte Nichtsportler. Aber gerade deswegen finden wir es umso unmerkenswerter, wenn jemand sich die Ohren abbrennen lässt und das ganze Antliff verschworen. Ähm, nur für Sport. Normalerweise tragen wir Helm. Aber der Helm ist beim letzten Auftritt verloren gegangen. Sagen wir mal den klassischen Neuzeit-Micky, Micky Lauders. Und das Stil irgendwie... Nö, Scheiße. Ähm, wir sollten mal mal sagen, eine 20-köpfige Band. Heute muss mal der iPod unsere Band sein. Und Leute, wir sind ganz aufgeregt. Hört man ja schon einen Herzschlag. Da muss man halt ein bisschen was erzählen, ne? Wo sind wir? Nordschweife. 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 Tarnya 3. Nordschweife. Wir stehen halt am Start. Da brauche ich eigentlich einen Mikrosteller. Ähm, Leute, schmeißt jetzt mal den Motor an. Und... Ich komme noch wieder. Ja, so ein Strom das halt immer am Form 1-Dagen anmacht. So, ich spiele hier 3 Töne und habe unsere Live-Verformen und ich kacke erstmal eine halbe Stunde. Und ich kacke erstmal eine halbe Stunde. Und ich kucke erstmal eine halbe Stunde. Ja, bitte. 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 Ja, bitte.